Zwischen Hoffen und Bangen. Leider schon ein lange vertrautes Gefühl für tausende Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof. Nach der gestrigen Ankündigung der insolventen Warenhauskette haben viele nun Gewissheit. Insgesamt hat Galeria noch 92 Filialen in Deutschland. Davon müssen jetzt 16 schließen. Betroffen ist etwa einer von zwei Standorten in Regensburg, aber auch die einzigen Galeriehäuser in Mainz, Chemnitz und Oldenburg. In Berlin machen sogar gleich drei Filialen dicht. Und dort beginnt der Bericht von Peter Böhmer. Karstadt in Berlin-Tempelhof. Ein Kaufhaus, fast wie gemalt, aber es soll geschlossen werden. Heute die Bekanntgabe. Am Montag machen sie erst wieder auf. Die Belegschaft geschockt, die Kunden enttäuscht. Es stimmt mich mit Traurigkeit, dass das einfach so von heute auf morgen geschlossen wird. Das ist ein guter Standort eigentlich. Es ist ein zentraler Punkt im Tempelhof. Andere Stadt, andere Stimmung. In Dortmund Erleichterung für die 250 Mitarbeiter. Ihr Haus bleibt erhalten. Die Leute haben sich gefreut, ein paar haben geklatscht. Man hat mal ein paar gesehen, dass die Anspannung der letzten Tage auch abfällt. Das war natürlich eine schöne Verkündigung. Aber für viele eben nicht. Von den 12.800 Beschäftigten sollen 1.400 ihren Job verlieren. Bei den Verhandlungen zuletzt war es wohl vor allem um die Miethöhen gegangen. Der Insolvenzverwalter teilt heute mit. Dort, wo uns mit den Vermietern ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis nicht zu erzielen war, können die betroffenen Häuser nicht fortgeführt werden. Für die Gewerkschaft ist diese Entscheidung falsch. Es ist ein Drama. Es geht wieder auf Kosten der Beschäftigten. Und die haben eigentlich ihren Part die letzten Jahre mit weniger Gehalt, als der Flächentarifvertrag es eigentlich zulässt, haben sie ihren Part dazugegeben. Mitte April wurde bekannt, dass ein Konsortium aus einer US-Investmentgesellschaft und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz den Galeria-Konzern übernehmen wird. Ob das Konzept Kaufhaus in Innenstädten aber eine Zukunft hat, daran haben Experten Zweifel. Alles steht und fällt mit dem Umsatz und der ist immer nur zurückgegangen. Das Wettbewerbsumfeld wird auch nicht besser. Wir haben ja mittlerweile Plattformen, die einen regelrechten Handelskrieg führen, wie Temu beispielsweise aus China. Es wird nicht leichter für Galeria. Drei Insolvenzen in nur dreieinhalb Jahren und wieder mal unklare Perspektive. In circa sechs Wochen findet die Europawahl statt. Darum heute Startschuss zum Wahlkampfauftakt für mehrere Bundestagsparteien. Zunächst zur FDP, die gebeutelt von schlechten Zustimmungswerten und sehr zum Ärger der Ampelpartner ihr Heil in der Flucht nach vorn sieht. Zuletzt mit einem Zwölf-Punkte-Papier für eine sogenannte Wirtschaftswende, die Einsparungen im Sozialstaat vorsieht. Dazu und wie sich die Liberalen für Europa rüsten, Frank Buchwald. Es geht um die Wirtschaft. Lindners Botschaft ist klar. Nur wirtschaftliche Stärke sichere Deutschlands Einfluss in der Welt. Seine Losung vor der Wirtschaftswende bestimmt die Rede des FDP-Chefs. Wenn wir in unserem internationalen Engagement nur auf die Kraft des moralisch erhobenen Zeigefingers bauen, wird niemand beeindruckt sein. Unsere Stärke ist der geopolitische Faktor dieses Landes. Sätze wie dieser begeistern die Delegierten. In der Partei aber wächst der Frust in der Ampelkoalition. Erwartungen. Wir haben jetzt Vorschläge für eine Wirtschaftswende gemacht und wir haben ja in diesem Jahr noch einen Haushalt vor uns. Und es kann natürlich nur einen Haushalt geben, wenn wir auch eine Wirtschaftswende hinbekommen. Scharfe Angriffe gegen die Koalitionspartner jedoch verkneifen sich die Liberalen. Viel Hoffnung ruht nun auf der Europawahl. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie gibt sich kämpferisch. Frau von der Leyen stellt sich nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Sie reist nicht durchs Land. Politik muss aber bürgernah sein. Sie muss marktwirtschaftlich denkend sein. Und das ist nicht immer gemütlich. Das sollte uns aber in keiner Form abhalten. Die Europawahl als Lackmustest. Noch aber kämpft die FDP vor allem gegen schlechte Umfragewerte. Und die wollen wir aufgreifen und fragen nach. Bei Ralf Schumacher beim FDP-Parteitag in Berlin dabei. Ralf, also die Liberalen, die können sich bessere Umfragewerte vorstellen. Zu wie viel Unruhe führt das denn? Tja, es grummelt in der Partei. Der Ärger ist groß über die Bilanz der Ampel. Und es wächst vor allem Angst vor einem abermaligen Scheitern bei der nächsten Bundestagswahl. Seit Ampel-Start ist die FDP aus vier Landesparlamenten geflogen. Und die Aussicht auf Erfolge bei der Europawahl und den Herbstwahlen in Ostdeutschland ist eher düster. Ihrem Parteichef kreidet das hier allerdings kaum einer an. Zumindest nicht öffentlich. Christian Nintner sitzt trotz Stimmungstief fest im Sattel. Aber der erhöht den Druck. Der Wirtschaftswendeplan enthält Kampfansagen an die Ampelpartner. Soli weg, Rente mit 63 weg. Förderstopp für Windräder und Solar. Profilschärfung in der Krise als Wirtschaftspartei. Das soll die Wende bringen für die FDP. Was sie davon am Ende durchsetzen kann und was das dann für die Koalition heißt, völlig offen. Ralf Schumacher war das für uns live aus Berlin. Vielen Dank. Als Antwort auf die FDP-Vorschläge machte Kanzler Scholz beim Treffen der Sozialdemokraten in Hamburg deutlich, dass es mit ihm keine Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 geben werde. Aber natürlich ging es heute, wie auch beim Treffen der CSU in München, vor allem um Rückenwind für die Spitzenkandidaten vor der Europawahl. Ralf Zimmermann von Siefert berichtet. Der Regierungschef und die europäische Spitzenkandidatin. Die Sozialdemokraten eröffneten ihren Wahlkampf im Rot-Grün-regierten Hamburg. Europa als traditionelles SPD-Herzensprojekt bringt den Kanzler in den Kampfmodus. Eins muss man über dieses Europa sagen. Wir brauchen es als Deutsche. Wir brauchen es in diesem Land. Wenn wir sorgen, dass Demokratie, Rechtsstand, Staat und Wohlstand für uns eine Rolle spielen, dann müssen wir das gemeinsam machen in der Europäischen Union. Europa ist die wichtigste Aufgabe für unser Land. In München stimmte sich die CSU auf den Europawahlkampf ein. Parteichef Söder teilte vor allem gegen die Ampel und insbesondere gegen die Grünen aus. Europa sei nicht mehr nur Zukunft, sondern alltägliche Realität. Insbesondere auch im globalen Sicherheitskontext, so der Spitzenkandidat der Christsozialen. Es bringt uns was. Der Binnenmarkt, der Euro, die offenen Grenzen. Es hat Vorteile, wenn wir da drin sind. Und ich sage euch, wir werden Europa lernen müssen, anders zu denken. Nicht funktional, dass wir davon profitieren, sondern Europa wird für uns eine Schicksalsgemeinschaft zu sehen sein. Weltoffenheit als roter Faden der sozialdemokratischen Botschaft, die die europäische SPD-Spitzenfrau mit Werten verknüpft, die keinen Platz lassen sollen für Feinde der Demokratie. Die stärksten Stimmen sind nicht immer die lautesten. Es sind nicht immer die Schreihälse. Es sind nicht immer die Schrillen. Sondern es sind die Beharrlichen. Es sind die Bestimmten. Es sind die Verlässlichen. Die Europawahl als Abstimmung gegen Rechtsaußen. Darin in der Tat glichen sich der Wahlkampfauftakt von CSU und SPD heute. Der Europawahlkampf der AfD wird seit Tagen von Spionage- und Bestechungsvorwürfen überschattet. Im Fokus stehen die Spitzenkandidaten Büstron und Krah. Letzterer fehlte genau deswegen beim Parteitreffen im baden-württembergischen Donau-Schingen. Gegenwind auch vor der Veranstaltung. Karl Hinterleitner dazu. Es ist ein Wahlkampfauftakt unter Protest, als die AfD heute Nachmittag in Donau-Eschingen zusammenkommt. Für die Stadt sind sie ungebetene Gäste. Wir sind ja hier Hausherr in der Halle. Wir konnten es leider nicht verhindern, dass sie bei uns sind. Sie sind zwar da, aber nicht willkommen. Und das möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen. Der AfD selbst ist ihr eigener Spitzenkandidat nicht willkommen. Maximilian Krah fehlt in Donau-Eschingen. Nachdem sein Mitarbeiter unter Spionageverdacht steht und festgenommen wurde, ist Krah raus aus dem Wahlkampf. Die AfD-Spitze sieht darin offenbar kein Problem. Der Parteivorsitzende dankt Krah ausdrücklich. Die Vorwürfe seien eine Kampagne gegen die AfD. Mittlerweile ist es ja wirklich abenteuerlich, mit welchen Mitteln hier auch unsere Partei zersetzt werden soll. Wie man unsere Partei beschädigen will, vor allen Dingen wie man Unruhe stiften will, misstrauen. Und ich denke, genau dem müssen wir widerstehen. Wir werden dem widerstehen. Wir werden mit genauso kühlem Kopf weiterverfahren. Und am Ende gehen wir aus dieser Geschichte gestärkt hervor. Bei den Parteimitgliedern ist die Meinung zu den Vorwürfen um Maximilian Krah geteilt. Also er wurde demokratisch gewählt. Die Basis hat entschieden. Und das ist und bleibt unser Spitzenkandidat. Wir sind eine Partei, die sich für Deutschland einsetzt. Und es kann nicht sein, dass das Vertreter unserer Partei oder ihre Mitarbeiter eben in den Diensten anderer Staaten stehen. Trotzdem gehe man mit Zuversicht in den Wahlkampf, so die Parteiführung. Ob diese berechtigt ist, wird sich in sechs Wochen zeigen. Diese überdimensionale Zigarette hat sich gerade ein Schornstein des UNESCO-Weltkulturerbes Völklinger Hütte verwandelt. Die Zigarette erinnere daran, dass es immer noch viele qualmende Schlote auf der Welt gebe. Und es sei das perfekte Bild, um auf den Klimawandel hinzuweisen, so die Organisatoren der Urban Art Biennale. Mehr zu Europas größter Schau für urbane Kunst von Beatrice Steinecke. Die Zigarette ist aus. Statt Abgase saubere Luft. Das ehemalige Eisenhüttenwerk steht exemplarisch für die Industrialisierung mit fossilen Brennstoffen. Diese Erdölpumpe knickt ein, wenn nicht genügend Solarenergie sie aufbläst. Das ist der Moment, der Kollaps des fossilen Kapitalismus und der ganzen Menschheit, wenn wir unser alltägliches Verhalten nicht ändern. Eines von 150 Werken im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Überwiegend inspiriert von urbaner Architektur und vom Leben in der Stadt. Zum Wohle des Klimas endet die Zeit des Einwegartikels. Plastik als Luxus. Das Werk wird zu einer Ikone, weil die Plastiktüte verschwindet und man einfach keine Plastiktüte mehr haben kann. Es ist ein Gegenstand, der immer mehr verboten wird. Auch die Cocktailpalmen in Übergröße sind nicht nur bunt und schön. Weil wir nicht wissen, wann hier vielleicht in der Völklinger Hütte tatsächlich wirklich Palmen wachsen. Weil wir eben das Thema des Klimawandels haben. So ist eigentlich selbst das, was erstmal sehr spielerisch daherkommt, hier bei uns in der Hütte, immer auch ein Denkmal. Das offene Areal lässt schon erste Blicke auf die Urban Art Biennale zu. Das hat was richtig Spannendes. Es reibt aneinander, aber ja, kommt gut. Es ist einfach sehr beeindruckend, wie früher hier gearbeitet wurde und wie es jetzt in Kunst umgewandelt wird. Morgen ist die Eröffnung. Bis zuletzt arbeiten viele Künstlerinnen und Künstler an ihren Werken zwischen Rost und Staub des vergangenen Jahrhunderts.